Wir haben heute ein richtig super Shooting mit Julian Howard, deutscher Hallenmeister im Weitsprung. War richtig schön. Julian, wo bist du eigentlich? Julian? Ah, keine Ahnung. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Super. Ciao. Macht's gut. Wenn ich sage, Julian, Julian, wo bist du? Dann fängst du schon an zu rennen. Läuft das? Läuft. Danke.